hallo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part vom one piece pirate warriors 3 ich hoffe mal noch mal in unserem letzten part hier ob ich das dann endlich mal gelernt habe diesen namen richtig auszusprechen und wir kommen schon vom kapitel 3 zur episode 3 wo eine schnapps zahl 3 3 33 schnapps zeit ja im letzten part haben wir die cp9 vernichtet eliminiert und wir müssen echt mal wieder mit den schatzereignissen mal richtig gas geben wir haben schon in den letzten part so keine einzige schatzereignisse mehr geschafft aber naja egal heute ist die faust der liebe drin heute wird romantisch und ich würde mal vorschlagen dass wir heute mal mit nico robin spielen ja auf jeden fall werden wir heute mit jener spielen hier hauen sie auf level 24 raus hauen hier noch paar münze um die orten so zack 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 hier noch mal so automatisch verwenden nico robin mein baby meine perle ja auf jeden fall geht es los mit nico robin in faust der liebe es lädt es lädt ich will nicht dass es lädt wenn es lädt heißt es immer ich kann nicht spielen kapitel 3 episode 3 faust der liebe naja auf jeden tag uhr Das war's so cool. Das war's für mich. Was ist das für D-chan? Waaah! Entschuldigung! Das ist egal. Das ist schon seit dem D-chan. Dann... Das ist gut. Das war's für heute. so da haben wir jetzt raffys opa in der er gefunden der wollte uns natürlich eine standpauke haben warum wir so verdorben sind von sharks aber erst mal werden die fähigkeit ausgewählt und hauen einfach mal mal ein bisschen auf die verteidigung und werden erstmal den kampf beginnen hier mit nico probieren und hauen jetzt gucken wir mal was er so drauf hat auch ein neues bmw hallo ich will kämpfen mit dir und wir haben ein neues schiff war ja die fly land leider am arsch gegangen das macht mich traurig das zu sagen was macht die da greift hier eine wunderschöne arme frau so jetzt kriegst du erst mal meinen kleinen vorerstel film ich habe schon volle kanne falsch ausgefahren arbeiter egal alter der ober von profi der geht ja ordentlich ja ab ja ist gut ist gut ist gut also der die die gar nichts in die die europäne und so die macht ja überhaupt keine schaden ja sonst machen kriegst du es mal hilfe meines shantibu shantibu b müssen jetzt so jetzt gehen wir hierhin da und ich mal aufs maul so und ich habe ich nicht mit meinen vielen händchen aber wollte nicht schon immer mit tausend hätte begraben von eine wunderschöne frau hier kann man ja mal ihr männer hier in die kommentare schreiben welche frau in one piece natürlich geiler findet ich weiß nicht irgendwie geil muss man schon so sagen dass die alle ein bisschen erotisch sind und ihr frauen natürlich welcher charakter oder ich habe meistens verlobs zu heuze oder aufs sand schießt oder ist es doch raffi jetzt wird's robin ein bisschen brutter bämm und zack dankeschön raffi so jetzt gehen wir nach da unten hin vielleicht die erstmal hier alle mal sand mit einem isuna rush weg auf jeden fall das spiel macht riesen spaß immer noch mit jedem part immer immer mehr zwar mit profil in isuna rush aber auch in die richtige richtung so ist richtig hat er gerade körbe wir haben körbe wieder gesehen geflasher und wir haben ein schattereignis endlich mal wieder geschafft schluck 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 sur пред als ich auch weg mal chillen hier mal chill es auch ein bisschen krass oder so ein bullshit auf jeden fall hoffe ich dass ich morgen endlich meine ps4 mit der ps4 endlich mal aufnehmen kann dann die die alle ersten spiele auf dem ps4 und ich hoffe auch auf jeden fall dass mein alles pummeliges kind ich habe es nicht so gut die neue welt so nice wir haben das territorium wieder freigeschaden jetzt schon mal mein freund jetzt kriegst du das wort gewaltige fänden power frauen power so jetzt kämpfen mit samtchen das will unser op hier der macht immer wieder stress unser opa immer ist ein bisschen zu hoch geraten immer ein bisschen zu hoch jetzt schild man ein live ja also ich finde mit der hoppen zu spielen sie sieht gut aus aber jetzt mit ihr wirklich zu spielen da fehlt mir halt noch irgendetwas so ein bisschen fehler mir noch was erscheint ja und es gibt ihn auch erst mal gar nicht hier diesen marinen offizier kommenden und 500 kills erst jetzt noch mal mit mit sind ja schießt doch erst mal ins leere mein freund schießt doch ins leere jetzt mal hier ordentlich mal die kommentanten kommentanten hier weg also nur hier und kiffig gefegt und jetzt kriegst du auch aufs maul hier sowas an die ja ja so war du so war du beim jetzt haben wir die ordentliche und jetzt kriegst du aufs maul hier kriegst du den stoß frank hier haut die maul weg und doch schön die mauer kaputt gemacht hier frankie line frankie line jetzt gibt es eine ist oder war liebe es wie ein sturm wunderschön ja gibt es im ordentliche die 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 jetzt hauen wir alle aufs maul mit einem missbrauch wie zu nahe war schlau und ich bin gefegt jetzt machen wir mit job weiter und doch schön und frankie hilft uns natürlich hier unser bester mann hier in der hut 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 jetzt müssen wir auf einmal doch mit frankie kämpfen wo ist denn jetzt wo ist denn das ist jetzt auf unserer seite aber warum wir dagegen in kämpfen das verstehe ich immer noch nicht so 100 prozent hier aber jetzt kriegt er erst mal unsere hände immer und ist ja frank ist auch ein cooler charakter auch wenn es im ordentlich jetzt gerade nichts getan hat was ich getan habe alter in jenem kombi ist hier so das macht der mal gar nichts hier müssen der ich hoffe dass jetzt keine probleme nach hinten bekommen jetzt kriegst du mal ordentlich aufs maul hier wo meine händchen hier jetzt kommt er geht mir gerade ordentlich auf den stadt besonders weil ich und der mann es gibt es anders besonders mit seiner attacke da wenn die robin so jetzt reicht es mir jetzt gibt es noch volle kann und jetzt kriegst du aufs maul wo ist die schwache mal so jetzt kommt doch mal endlich doch das wird doch auch mal zeit hier wer macht denn da hinten da so ein bisschen tüm tüm hier hinten so helfen wir doch mal ein bisschen hier alles zockerlein nur ein zockerleinchen bist du ordentlich weggefügt und jetzt gibt es was kannst du denn da herr 1 macht ihn doch so eine komische schwule bewegung irgendwie so jetzt gibt es meinen clean flares delphi union und wir haben freigeschalten hier und die 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 jetzt gibt es money 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 it's the funny aber müssen der person helfen 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 das ist ein komplexe ich dachte gerade schon ich hätte jetzt dass es nicht geschafft ich bin So, so, unser eigener Opa will uns hier ins Grab schicken. So, so, um nur seine Karriere hier. Karrieregeiler Opa ist das hier, muss ich schon mal sagen. Karriere, Alter, Sacki. Didi, didi, didi. Alter, geht es hier entlang so. Dankeschön. Dankeschön. Was haben wir denn nur noch aufs Maul? Danke, Jobber. Für deine Medizinspritzen oder so, wo du... Ohoho. Dem hast du ordentlich gegeben, grad. Ja, haupt, mach mal ein bisschen schneller, Franky. Ein bisschen mehr Pistole reinhauen. Oh. Manchmal ist es echt anstrengend, hier muss ich schon mal sagen. Hey, der Jobber, der holt hier immer rum so. Immer holt da rum, mein Freund. Bäm, so. Kannst du auch nicht mehr so rumholen, oder mein Freund? Oder... So, jetzt geht es meinen... Ohrfeige hier, mein Freund. Ja, jetzt hat dich erst mal null gejuckt, irgendwie hab ich das... Irgendwie hab ich das null gejuckt. Haha. Wieder abgelehnt, ey, als Hilfcharakter. Bäm. S丑ber duke. Doo 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 doo. Doo 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 doo. So, jetzt perdre... ...gamer wegfeumpfeler, N cieStars zu geben. Doo doo doo. muss ich jetzt denn da holen dahinten oh mein oh mein oh mein ich bin ein bisschen verwirrt gerade was ich tun soll vielleicht merkt man das ein bisschen auch jetzt habe ich voll daneben geschossen mit nico robin macht auch keinen spaß das ist eigentlich so ein bisschen da ist sogar sanjia oder ein bisschen mehr so jetzt habe ich dir geholfen mein freund jetzt muss ich aber nach dahin gehen und die ich jetzt hier auch mal oder ich zieh es einfach mal mit kommt mit meiner freunde und die 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 jetzt gibt es einen iso noch mal jetzt gibt es ordentlich wenn wir mehr 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 ja wohl war viel hier du musst ihn richtig richtig platte um die uhr jetzt sagt ja wo ist denn der freige alter freige einmal deine toll guten bisserl unter kontrolle der nervt mich mit seinem jetzt kriegst du nicht so ne wasch einfach mal volle kanne ab in dem facebook und mir einfach so offen kickst du ist lauf rambler kucki finde ich ja nicht so cool so ne kam er mehr hoffentlich jetzt geschmeckt hier man geht einem auch ordentlich hier so voll auf und das war schon so und dann machen wir mit schauer hier weiter so wollte einfach spaß gemacht hat und spaß gemacht hat mit dem und das war cool dafür muss ich einen kriegen hier bm 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 wo ist denn jetzt dann wird aber dankeschön thank you man very nice man so wissen der jetzt dieser dieser töd ich jetzt auch erst mal aufgeräumt und weil so schön war gerade noch mal das ist als ein maschinengewehr mit drei händen manchmal verstehe ich so die wege nicht so ganz hier muss ich mal so ehrlich gestehen hier so langsam habe ich glaube ich drauf so langsam aber nur so langsam so hier muss ich rein so ja wohl frankie macht die mauer kaputt eins zwei drei und bm super frankie so jetzt kriegst du noch mal meine tausend hinter super unternehmen super keys super sex super trouvé naja hoch das war auch cool bm chew und nochmal um um uh ddot k lions die 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 wir machen alle alle platz alle alle platz wir machen alle alle platz alle alle platz frank hier voll aufs mal bekommen frank hier voll aufs mal bekommt ja jetzt kriegt er doch genau ist es auch mal nicht so nah war schon mal her so mit alle trainier zu jetzt kriegst du volle kanne rumpel hoch geht und ich bin schüttchen mit der einen mein freund und ich bin hatte ich will ja mal hauen stürmer auf damit soll tot ist mir egal wie es mir er ist jetzt wieder aufgestanden jemand freund oder ist er jetzt deprimiert irgendwie traurig das ist hier so jetzt haben wir hier noch mein kommandant her den holen wir uns auch gleich die 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 bb bb schmeißen weg er hat sich verdient zu leben ja das hat er nicht hat eine frau zu schlagen hier dieser frau schläger raffys opa raffi hat einen coolen opa coolen opa coolen opa ist hier unerfolgreich sehr gut wie damit dahin ich habe wieder hinten kuck 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 euch erober ich jetzt auch mal kurz ich kann das ja auch was du kannst ja mein freund und ist noch viel besser als wunderschön eine peitschende ranke das erinnert mich an die an dem bestimmten baum von harry potter hier wo es auch ausgeprägt werden ein bisschen oder sind jetzt gemacht haut noch in die luft so wunderschön und jetzt gehen wir zu frankie line weil er auch ordentlich aufs maul haben will aber vorher wäre es glaub ich mal cool etwas zum futtern so ein bisschen aber irgendwie kriegen wir gerade hier nichts zum futtern so nur money 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 stefani baba das wollte ich gerade eigentlich nicht aber ist auch cool ist auch cool also freud du machst erst mal gar nicht irgendwann bin ich hier dran hat's gemächt hat es dir geschmeckt mein freund bämm und nochmal bämm und hoffen hock danke ordentlich gibts ihm doch mal ordentlich ordentlich aufs maul alter jetzt hab heute also mit nico robin ist es echt ein anstrengender gegner muss ich jetzt mal das muss ich jetzt mal so sagen ernsthaft und jetzt geht es nun mal eine richtige ich habe unter anderem etwas anderes versprochen alter ich hasse es wenn der abhaut wie so eine kleine pussy so eine kleine pussy so ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren und die meine kameraden machen hier auch echt 0,00 prozent ja das gut ist gut ist gut franklin hier immer ein bisschen eher weniger so der jobber der kreist auch gerade so weil einfach mal nichts hier jetzt schon mit so und jetzt warm so hat das hat nicht nur niemand so so jetzt hier ist nur ein tausende hat mich nun niemand so geflasht bekommen also ganz ehrlich so ordentlich hier frankie kleine miese pussy so stirbst trotzdem kriegst du hier so ordentlich so richtig fest das ist ja 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe mich wirklich in der Schulzeit gemacht. Ich bin der Oberfläche und ich verabschiedet. Ich muss mich nicht sein, aber ich muss mich nicht so denken, was ich nicht so? Ich muss mich wie viele Menschen der Erfung des Ganzen geben. Ich muss mich nicht so denken, ob ich nicht so denken. Das war's für heute. Ja. Wunderschön Frankys Unterhose hat er wieder und wir haben ein neues Gruementlied und auch einen neuen Schiffsingenieur Franky. Ja, auf jeden Fall hat er mein halbes Leben hier weggefetzt, Franky, der Gute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du jetzt ein Schuss hast, dann kannst du nicht mehr zurückgehen. Ja, das ist ja. Ich habe mich komplett verletzt. Ich bin auf jeden Fall geblieben. Ich bin auf jeden Fall geblieben. Ich bin auf jeden Fall geblieben. So 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 so. Lülzow will wieder zu uns in die Crew, aber natürlich werden wir sie nicht so leicht machen diese Lüge-Bolt hier. Ich bin auf jeden Fall geblieben. Didi 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 Oh, ich habe doch hier was zu futtern. Jetzt wird es langsam kritisch. Kritisch, kritisch, kritisch. Ist aber so richtig. Bam. Bam 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 Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 Hunger Aber Dust. Wir wollen trinken, 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 wollen trinken, 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 trinken. Ja ist gut. Ich schrei doch mal nicht so Lülzow Wie. ja ich hab was zum futter oder futter oder futter und jetzt habe ich hier noch ein bisschen money da unten ist noch was da unten da unten ich muss manchmal ein bisschen weil hier so gas geben jetzt packen mal mit einem person ambition robin opposition position das wird wieder lange party es kommt aber ich glaube das findet ihr eigentlich ganz cool hier oder bei one piece pirate warriors 3 so jetzt gibt es nur volle packung für dich und jetzt noch mal volle packung die stärke eines renntiers java nicer vogel du ach das könnt ihr auch ohne mich hier läuft bei euch läuft bei euch mann wo ist mein opi popi hier die 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 dahinten müssen typilein denn holen wir uns jetzt da ist ja einer dann holen wir uns natürlich hier auch denn da ist dann nochmal aoki ja jetzt hauen wir die aus mal mit nico robin lauf beim beruf geht aber ich glaube das ist eine ordentliche harte nuss hier und jetzt gibt es hier noch mal die volle trönung für dich naja ich hab gar das ist so ein eis man ja ist gut ist gut schon mit das so ein harter brocken alter später ich will so ich jetzt kriegst du volle bauer ich hasste es bei nico robin hier ist gut ist gut ist gut ist gut ist gut jetzt kriegst du wieder einen kleinen fluss denn für die nein du kriegst hier nix ab so von hinten nehme ich dich mein freund von hinten und jetzt voll gegen die wand geklatscht der macht uns aber auch ganz viel schaden hier muss ich jetzt hier auch mal zu sagen wollen wir sehen es wie sie ist wie sie neue danke das hat ordentlich nein alter der fickt uns ordentlich hier weg das brauche ich hier was will ich denn damit so jetzt machen wir vom weiten ein bisschen hier so alter was macht er der zentriert und hier hat das wieder alles wieder das spiel ich würde versuchen dann zu töten jetzt hat er noch fluchtversuchte dazu dann müssen wir im unbedingt jetzt mal helfen kommt da oben mit dem zoo vor wir die ganze mission hier irgendwie nicht packen hier deswegen gehen wir jetzt noch da oben und helfen zauberlein alter nicht sterben so gibt es erstmal in die suno morsch schade dass wir den anderen dicken da jetzt nicht besiegt haben aber wir können ja nicht alles schaffen alter du chillt jetzt mal ein bisschen mein freundchen hier ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren meine freunde ein bisschen aber wirklich nur ein bisschen walter schilmer dem opa hier denn rothys opa ja da muss er auch ordentlich hier was auf dem kasten haben jetzt beim so jetzt kriegst du es noch mal ordentlich hier so jetzt gibt es meinen rothys und aber schon ich hoffe dass wenn david er erstmals besiegt haben und also jeder mit robin ist es schwer gewesen ich war aber war ja toll weil er sich dahin gelatscht hat hat nix gebracht und seit ich so nach was hier geil aber der andere da unten leider haben wir jetzt das schatzeigen ist nicht geschafft das wird nochmal richtig richtig spannend leute richtig alter krieg schon leicht angst ich merke schon leucht angst jetzt nur noch ein bisschen jetzt dürfen wir nichts mehr so wir haben es geschafft also ich hätte gern noch den anderen besiegt aber dafür gab es leider keine war jetzt keine zeit mehr wunderbar ist er jetzt schon lange lange genug ist so 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 Das war's für heute. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Uiuiui, besiegte Gegner, unser erster B-Rang, ja mit Nico Robin, waren wie diesmal nicht so gut und wir haben ein neues Chef, wir haben ein neues Crewmitglied mit Franky und war richtig, richtig nice Mission, wunderschön und Lyshoff hat sich entschuldigt und ist wieder in unsere Crew zurückgekommen. Ich hoffe euch hat dieser Part sehr gut gefallen, mir hat er wirklich richtig Spaß wieder gemacht und wir werden uns am nächsten Part wiedersehen und mal schauen, vielleicht werden ja auch die ersten PS4 Parts ja auch schon online sein, ja freut euch auf jeden Fall, ich freue mich, haut rein, euer Storm, tschüss. Ah ja, vergisst nicht, schreibt mir, was soll ich mir denn schreiben, schreibt mir einfach, ob euch dieses Projekt sehr gut gefällt momentan und ob ihr euch auf weiteres freut und im nächsten Part sehen wir, Abenteuer auf der Geisterinsel, uuuh, jetzt wird's spooky, ja, haut rein, aber nicht so fest, euer Storm, tschüss.